Paul geht heute zum Arzt. Er hat von einer seltenen Krankheit gehört, an der im Durchschnitt von 200 Menschen ein Mensch erkrankt ist. Paul möchte wissen, ob auch er erkrankt ist. Der Arzt erklärt Paul, dass es einen sehr guten Diagnosetest gibt. Der Diagnosetest erkennt bei einer gesunden Person in 95% der Fälle, dass diese Person gesund ist. Bei einer erkrankten Person erkennt der Test in 95% der Fälle die Erkrankung. In 5% aller Fälle jedoch liefert der Test eine Fehldiagnose. Bei gesunden Personen wird dann eine Erkrankung angezeigt, bei erkrankten Personen wird die Krankheit nicht erkannt. Paul hat alles verstanden und möchte den Diagnosetest gern machen. Der Arzt macht mit Paul den Test. Der Test hat ergeben, dass Paul die Krankheit hat. Das Testergebnis ist also positiv. Auf dem Heimweg begegnet Paul Marie. Er erzählt Marie die ganze Geschichte. Marie sagt zu Paul, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er gesund ist, obwohl der Test positiv war. Stell dir dazu 20.000 Menschen vor, von denen, wie du sagst, 0,5% erkrankt sind. Wenn man die Gesunden und die Erkrankten trennt, hat man 19.900 Gesunde und nur 100 Erkrankte. Wenn alle Personen den Test machen würden, wird er bei den meisten Gesunden negativ sein. Bei den meisten Kranken wird er positiv sein. Es gibt aber auch 995 gesunde Personen, bei denen der Test fälschlicherweise angibt, sie seien krank. Da dein Test positiv war, schauen wir uns jetzt alle Personen mit einem positiven Testergebnis an. Insgesamt erhalten von 20.000 Personen, wie du siehst, 1090 Personen ein positives Testergebnis. Davon sind aber nur 95 Personen wirklich erkrankt. 995 Personen sind ja eigentlich gesund. Du gehörst also viel wahrscheinlicher zu den 995 gesunden Personen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich krank bist, liegt gerade mal bei 8,7%. Trotz des positiven Testergebnisses bist du also mit einer Wahrscheinlichkeit von 91,3% kerngesund. bleiben Sie gern gesund. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018